Hallo! Richtig fett! Was hat mich aufgeschrieben? Gut ist anders. Das war fantastisch. Ihr könnt direkt weitermachen. Sprecht mich an, wir machen eine Platte zusammen. Morgen seid ihr auf A1. Hundertprozentig. Das war mal stets, jetzt endlich doch, das war nicht ganz so leicht. Mit der 3,23 Meter hoch, man kann es schon vor weitem sehen, vielleicht wird es... Die Jury berät sich jetzt kurz, bitte bleibt sitzen und gleich kommt das Ergebnis. Die Jury. Der Winner ist... Der Winner ist... The winner of the next superstar sind die Hoppen! So, und einmal noch zu uns, mit den Stassen hier, beim allerer Herzen, die Schleifleisten. Jeder bekommt ein wenig Tropfen, eine Million Tropfen Cola, damit könnt ihr euch anstoßen mit euren jungen Feiern. Wie alle anderen gibt es einen bitteren Lolli, hier unten bei Ruiz, in der Tapo-Türk. Hallo, meine Damen und Herren! Ich hab den Text noch ein bisschen komisch geschrieben. Wie alle anderen? Ich hab den Text noch ein bisschen geschnitten. Oh ja, ich hab den Text noch ein bisschen. So, und, so. auf Good job! 2, 2, 1, Komi! Was ist das? Was ist das? Was ist das? sonst fährst du aus wie Street Oh mein Gott! Nein! Das war's für heute!